Die Betriebe der Familien Leitner und Knapp haben wir euch bereits 2021 in einem Video über die Heuernte genau vorgestellt. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, liegt hinter mir Gülle und Mist. Das bedeutet, wir sind in der herbstlichen Gülleausbringung beim Betrieb Leitner unterwegs gewesen. Welche Maschinen hier zum Einsatz gekommen sind, welche spektakulären Aufnahmen wir hier einfangen haben können, das seht ihr im neuesten Video hier auf YouTube. Abonniert also schon jetzt unseren Kanal und stellt euch eine Erinnerung, um dieses Video nicht zu verpassen. Es lohnt sich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!